Wanderstöcke, Trackingstöcke, wie auch immer man sie nennen mag, egal wo man hinschaut, zu den Skitourengehern, den Wanderern, den Hochtourenfetischisten, überall laufen neben Beinern auch Stöcke herum. Aber warum eigentlich? Hat sich das schon mal wer gefragt? Gibt es vielleicht einen Grund, warum manche mit und manche ohne unterwegs sind? Klären wir das heute im Bergsteigen-Grundlagenkurs. Ja, ja, die Stöcke. Manche schwören auf sie und andere wollen sie am liebsten nie dabei haben. Und es ranken sich auch einige Mythen um das Thema Wanderstöcke. Deshalb schauen wir uns gleich zu Beginn mal Schaden und Nutzen der Stöcke an. Denn ja, Stöcke können nicht nur Gutes mit sich bringen. Aber fangen wir erst mit den positiven Aspekten an. Was sind denn die Argumente, die für die Verwendung von Stöcken sprechen? Da wäre zum Beispiel einmal der gesundheitliche Aspekt. Stöcke unterstützen beim Bergauf- und beim Bergabgehen, denn sie ermöglichen eine Entlastung der Kniegelenke. Die Idee ist simpel, aber wirkungsvoll. Richtig eingesetzt kann man über die Arme und die Schultermuskeln mit mehr oder weniger Kraftaufwand auch mehr oder weniger Last auf die Stöcke umverteilen. Beim Bergaufgehen macht sich das vor allem bei hohen Stufen bemerkbar, wo die Muskulatur meist nicht ausreicht, um diese ohne Stockeinsatz zu überwinden. Beim Bergabgehen können sie, vorausgesetzt sie werden richtig verwendet, eine Dämpfung des Aufpralls am Boden erzeugen. Das bedeutet, man braucht gar keinen dick gepolsterten Schuh, sondern kann sich mit Stöcken auf einfach selbst sehr gut abfedern. Durch die Lastverteilung können wir die Kniegelenke vor schnellerem Verschleiß, aber auch vor früherer Ermüdung schützen. Bedeutet, unsere Kniegelenke und vor allem die Sehnen drumherum bleiben länger fit und können somit länger belastet werden. Für Weitwanderer ist das definitiv eine interessante Option. Doch nicht nur die Gesundheit, auch das Gleichgewicht kann von den Stöcken profitieren. Denn Stöcke sind ja quasi das zweite Paar Beine, wenn auch nicht so ganz solide und robust. Geraten wir also aus dem Gleichgewicht, können wir die Stöcke zur Stabilisation verwenden. Sehr praktisch. Gerade in ausgesetzteren Passagen am Berg kann das natürlich im Zweifelsfall eine Lebensrettung darstellen. Doch die Stöcke unterstützen auch psychisch. Denn wer Stöcke hat, geht aufgrund der besseren Balance einfacher und stabiler und vor allem selbstsicherer. Aber interessanterweise könnte man aus bewegungstechnischer Sicht den meisten Leuten die Stöcke einfach wegnehmen und sie wären genauso sicher unterwegs wie ohne. Jedoch spielt der Kopf hier aber ebenfalls eine Rolle und so kommt es dann dazu, dass man sich nur mit Stöcken so sicher fühlt. Aber wahrscheinlich immer noch eine bessere Option, als wenn man sich gar nicht auf einen Berg, Gart oder andere Herausforderungen traut. Das bedeutet, Stöcke sind eine psychische und physiologische Unterstützung am Berg. Dann könnte man ja jetzt sagen, dass jede und jeder ohne Stöcke ein ziemlicher Pfosten ist, das Video hier beendet werden kann und ihr euch jetzt alle Stöcke kaufen geht. Oder? Naja, Pfosten hin oder her, viele selbsternannte Profis haben keine Stöcke, weil sie dafür eindeutig zu gut, zu elitär, zu erfahren sind. Aber neben einem kleinen Ego haben die Leute vielleicht tatsächlich einen guten Grund für das Weglassen der Stöcke. Zumindest gibt es ein paar Argumente, die auch gegen die Stöcke sprechen. Da wäre zum Beispiel einmal ein ganz praktischer Aspekt, nämlich die Stöcke selber. Die wiegen ja im Regelfall so zwischen 300 und 600 Gramm und das kann immerhin ein halber Liter Wasser mehr sein, den man fürs gleiche Gewicht mitnehmen könnte. Außerdem sind sie meistens nicht sehr handlich, weder wenn sie ausgefahren noch zusammengeschoben sind. Meistens brauchen sie dann außen am Rucksack irgendwo Platz oder wenn man sie eigentlich verwendet und dann kurz die Hände braucht, dann nerven sie nur. Das hin und her auf Bergen mit seilversicherten Passagen oder leichten Kletterpassagen kann allgemein für etwas Unruhe im Verlauf einer Bergtour sorgen. Vor allem, wenn man mal mitten in der ausgesetzten Passage steht. Dann kann das Stockgefuchtel für einen selber, aber auch für andere Bergsteiger vor und hinter einem sehr unangenehm sein. Ein weiteres Problem bei Stöcken ist definitiv auch die Macht der Gewohnheit, was langfristig oder in bestimmten Situationen zu Schwierigkeiten führen kann. Wer immer nur mit Stöcken unterwegs ist, wird über die Zeit ohne Stöcke auch immer unsicherer. Das hängt vor allem mit dem Faktor Trittsicherheit zusammen. Die Trittsicherheit ist eine psychische und koordinative Herausforderung, der man sich Schritt für Schritt über die Wochen und Monate immer wieder stellt und immer besser darin wird. Stöcke können diesen Prozess nicht nur vereinfachen, sondern teilweise sogar gänzlich überspringen. Das kann natürlich einige Gefahren mit sich bringen, alleine schon, weil viele Bergsteiger dann etwas zu selbstbewusster unterwegs sind, wenn sie mal keine Stöcke dabei haben. Die andere Möglichkeit ist aber ehrlicherweise auch nicht viel besser, denn das würde bedeuten, dass sie ohne Stöcke dann wie gelähmt nicht mehr vom Fleck kommen würden. Stöcke sind also durchaus eine psychische und koordinative Erleichterung, die aber eben nicht immer eingesetzt werden kann. Bei seilversicherten Stellen, bei leichter Kletterei oder auch beim Seilklettern ist Koordination, Selbstvertrauen, Trittsicherheit und eine gute Einschätzung ganz ohne Stöcke zu meistern. Hier ist oftmals das Scheitern auch definitiv verboten. Wer sich also zu sehr an Stöcke gewöhnt, könnte letztlich auch mit Gleichgewichts- und Sicherheitsproblemen konfrontiert werden. Außerdem bringen Stöcke stets auch einen tückischen Aspekt mit, nämlich die Materialsicherheit. Während die eigenen Beine selten einfach so zusammenklappen, ohne dass man das nicht vorher irgendwie gemerkt hätte, können Stöcke bei einem zu lockeren Verschluss zum Beispiel sich schnell mal zusammenschieben und das kann vor allem beim Abstieg saugefährlich und tatsächlich auch Todesfolgen haben. Stöcke haben also Vor- und Nachteile. Richtig eingesetzt können sie eine tolle Ergänzung und eine gesunde Abwechslung sein. Zu jeder Zeit und ständig einsetzen sollte man sie aber vielleicht auch nicht unbedingt. Hin und wieder sollte man sich dann also auch mehr auf die eigenen Fähigkeiten verlassen, anstatt auf Aluminium oder Carbon. Also bleiben nun eigentlich noch die Fragen, solltet ihr Stöcke verwenden oder nicht? Und wann lohnt es sich Stöcke mitzunehmen? Naja, ganz so einfach ist das gar nicht zu beantworten. Seid ihr noch neu und wisst nicht, ob ihr Stöcke braucht, würde ich euch eher dazu raten, euch welche zuzulegen. Nicht weil ihr unbedingt konsumieren sollt, aber weil ihr damit einen guten Vergleich kennenlernt und immer wieder mal gerade bei sehr langen Touren auch mal zu den Stöcken greifen könnt. Da ist der gesundheitliche Aspekt nämlich wirklich sehr beachtenswert. Für alle, die schon länger im Bergsport sind und keine Stöcke verwenden, aus welchen Gründen auch immer, die brauchen sich jetzt wegen diesen Argumenten auch keine Stöcke zulegen. Es ist nämlich letztlich viel mehr Gewohnheitssache als sonst was. Klar hat es einige Vorteile, aber da gibt es jetzt nichts, wo ich sagen würde, uh, deshalb brauchen jetzt alle Stöcke. Stöcke können eigentlich immer mit, wenn die Tour die hauptsächliche Schwierigkeit in Länge und Höhenmetern hat, also grundsätzlich eine Wanderung ist. Sind Klettersteige, Kletterei, wenn auch nur leicht dabei, dann sollte man Stöcke immer besser zu Hause lassen. Gerade am Anfang können sie auch am Rucksack schon sehr irritierend sein. Wichtig ist, dass man das Ganze natürlich immer etwas ins Verhältnis setzen sollte. Bin ich sieben Tage unterwegs und an einem Tag habe ich einen leichten Klettersteig zu absolvieren, werde ich mit den Stecken am Rücken leben können. Der Nutzen überwiegt hier nämlich einfach. Gehe ich aber zu einem Sportklettersteig und habe nur einen kurzen Zu- und Abstieg, sind Stöcke das Letzte, was ich mithaben möchte. Ich hoffe, ihr habt jetzt ein gutes Bild davon, was Stöcke für Vor- und Nachteile bringen können. Und vielleicht wollt ihr jetzt auch mal für eine Tour die Stöcke zu Hause lassen. Wenn euch die heutige Episode gefallen hat, ihr wisst Bescheid, gern einen Daumen hoch dalassen. Bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer eine wunderschöne Zeit und Bergheil.